hallo ich hoffe eigentlich geht's gut und wir starten schon wieder mit einer neuen einheit das einzige was es dazu braucht ist ein ganz gewöhnlichen stuhl am besten er sollte also keine raden haben den könnt ihr gleich holen und wir legen dabei los und noch etwas wie wir immer schon gehabt haben wenn es euch ein bisschen müde fühlt ein bisschen erschöpft fühlt geht ein glas trinken also wasser trinken natürlich kurz durchschnappen und nachher geht's schon weiter wir starten wieder ganz normal im gehen bzw laufen genau und atmet einmal tief ein und tief aus macht es jetzt ganz gemütlich im gehen dann gehe ich her und strecke einen arm weit nach vorne aus und wieder retour anderen arm weit nach vorne aus retour nochmal ersten arm nach vorne retour anderen arm nach vorne links rechts macht jeder seinen eigenen tempo ganz wichtig links rechts und noch einmal rechts das gleiche nach außen zur seite links raus strecken und zur seite bringen rechts raus strecken und auch zur mitte links raus zur seite raus zur seite rauf noch einmal auf beide seite und zusammen jetzt noch unten bringen und wieder rauf und nach unten und nach unten normal weiter marschieren so jetzt bauen wir auch wieder ein paar seit schritte ein und zwar 1 2 3 1 2 3 1 2 3 immer schön die arme mitnehmen jetzt kann man versuchen das ganze wenn es gut geht natürlich ein bisschen tiefer zu machen und zwar dreht mit jedem schritt ein bisschen tiefer und noch zwei und letzte und wieder zur mitte zurück und normal weiter gehen durchatmen kannst du gerne ein bisschen langsamer gehen wichtig ist nur dass wir jetzt momentan in bewegung bleiben und immer schön weiter und ganze jetzt mit side steps wieder wie zuvor und wir sehen können wir immer die arme schön mit geht es heißt wenn ich mit rechts rüber dreht ist mein linker arm oben wenn ich schließe ist mein rechter arm oben gleich eine andere seite und auch hier kann natürlich wenn es zu einfach ist einfach ein bisschen tiefer gehen wenn es zu schwer ist einfach ganz kleine schritte machen aber das bleibt euch überlassen aber vor dass ein kleines bisschen raus ganz kleine bewegungen und dann fangen wir mal an leichtes hüpfen anzudeuten müssen gar nicht vom boden abheben natürlich wenn es zu leicht ist kann es natürlich auch gern richtig springen ich deutze jetzt noch anders recht vollkommen aus und jetzt nehmen wir meine arme wie gesagt rauf und runter wieder vor zurück vor zurück vor zurück vor zurück noch einmal zurück vor zurück und zur seite mitte rechts mitte links mitte mitte natürlich geht es auch wie springen mitte noch einmal mitte rechts mitte und jetzt machen wir noch ein paar höhere sprünge und versuchen mal fünf mal so weit es geht nach oben zu springen und wieder easy und noch einmal zwei wieder gemütlich und drei und wieder gemütlich und vier und letzte und fünf kurz durchschnaufen bringt einen schluck wasser durchatmen und dann können wir schon anfangen mit dem aufbauen von unsere gelenke meine linke schulter und kreisen sie nach hinten wichtig dabei ganz große kreisen machen noch drei zwei eins und die andere seite nach hinten kreisen mit der rechten schulter drei zwei eins und kurz pause dann biegen wir uns nach vorne runter und machen ins gerade und groß und bis nach hinten raus und langsam nach vorne runter wenn ich da ein bisschen schwindelig wird versucht immer gerade auszuschauen und nicht den kopf so hängen lassen da fällt es leichter und der retour so weit es geht und bis dahin wo ihr auch natürlich wohlfällt runter runter und nach hinten und noch einmal runter und nach hinten stellen wir jetzt in der grätsche hin und dann versuchen wir mal zum rechten fuß zu klagen wenn es hier seit kein problem wichtig ist versucht die knie gestreckt zu halten versucht so weit es geht nach unten zu kommen und der andere der arm kann dabei nach oben schauen gleich in der anderen richtung wie gesagt weil die selber auch schon um das reicht mir vollkommen aus auch das reicht schon aus gleich überhaupt kein problem wenn sie es öfter macht jetzt kannst du einfach mal in die mitte runter sinken ganz gemütlich wenn es unangenehm ist für den kopf schauke einfach voraus ein bisschen mehr und wenn es kein problem ist kannst du gerne den kopf hängen lassen jetzt richten wir jetzt auf so dass wir einen geraden rücken haben und machen es nach vorne hin ganz 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 lang und wieder fallen lassen nach unten ausstrecken und ganz 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 normal fallen lassen die durchatmen und dann richten wir jetzt langsam auf machen jetzt ganz ganz groß und schütteln alles aus ich würde sagen es ist zeit für unsere kraftübungen und dazu brauchen wir unseren stuhl was man zuerst hergerichtet haben ich zeige es euch von der seite her man sieht es ein bisschen besser wir setzen wir ganz gemütlich hin auf den stuhl und jetzt versuchen wir aufzustehen das klingt jetzt einfach aber es ist nicht so einfach wie es aussieht denn wir versuchen jetzt nicht das zu machen also ich habe es gesehen ich habe das jetzt mit schwung gemacht ich habe mich vorderegen und bin aufstanden was mir im alltag natürlich immer machen wir versuchen jetzt nämlich unsere oberschenkel gut einzusetzen das heißt ich versuche mit meinem oberkörper so aufrecht wie möglich zu bleiben und das gefühl haben also ob mich da wer rauf zieht jetzt bleibe ich gerade natürlich ein bisschen vorlegen muss ich mich gehe vor mit meinem hintern bis ich fast runter fahre und dann drücke ich mich nach oben ja und lass gleich natürlich runter ein bisschen vor gehen mit dem oberkörper und gehe rauf und gehe wieder runter natürlich ist das ein unterschied zu diesen aufstehen weil da gehe mit schwung das ganze probieren wir jetzt zehnmal natürlich jeder in seinem eigenen tempo langsam vor und rauf langsam runter merkt es schon wie sie brennen nach der ersten wiederholung schon und zwei und das kleine tipp wenn es zu leicht ist kann sein dass es ein bisschen falsch ausführt man probiert einfach ein bisschen weiter hinten bleiben mit dem oberkörper vier fünf sechs sieben acht neun und anschaffen und zehn langsam hinsetzen ganz ganz langsam und auslockern die beine durchschnaufen als nächste übung setzen wir uns ganz ganz weit vorne hin Achtung nicht runterfallen natürlich ja wir dann unsere beine schön im 90 grad winkel anwinkeln und jetzt könnt ihr euch jetzt da jetzt festhalten oder da oder auch natürlich frei machen wie ihr wollt wichtig gerade rücken und jetzt strecken wir mal ein bein nach vorne aus das wird mir jetzt mal drauf und runter jetzt kannst du brennen noch fünf vier drei zwei eins und absetzen kurz auslockern gleiches am anderen bein ausstrecken und rauf und runter wippen und noch fünf vier drei zwei eins und auslockern so jetzt gehen wir unseren Beinen eine ganz kurze Pause bevor die zweite Runde kommt und starten mit unseren Armen wichtig ist dabei macht die übung bitte nur wenn ihr euch wirklich wirklich sicher fühlt wenn ihr das gefühl habt die arme sind so schwach bitte nur ganz vorsichtig ausführen wenn ihr sagt kein problem dann passt das sache als hilfe könnt ihr schauen dass der stuhl vielleicht an einer wand hinten steht noch dazu nicht ein bisschen leichter aber keine angst ich bin mir sicher die übung schafft es alle ich kann es euch jetzt da festheben also ich greile mich wirklich fest und jetzt gehe mal weit vor so dass ich weg rutsche vom stuhl und dann schaue ich mal ob ich meine Hände überhaupt halten kann meine Hände kann ich mir jetzt ganz gut halten ich bin angewinkelt und dann gebe ich mir meine Ellbogen leicht nach und drücke mir wieder nach oben gerade ein bisschen nach und drücke mir wieder nach oben wenn das zu leicht ist der muss einfach ein bisschen weiter runter gehen und wieder rauf und wenn das immer noch zu leicht ist der kann die Beine ausstrecken und ich würde sagen am Anfang bleiben wir mal in dieser Position schauen dass wir so wenig wie möglich Gewicht auf die Beine verlegen und wir gehen runter und rauf sechs Wiederholungen schaffen wir zwei drei vier fünf und noch der letzte sechs und wieder langsam retour und gleich wieder hinsetzen ja da die Hände ausschütteln die Arme ausschütteln wer da Probleme hat mit der Übung der macht gerade eine kurze Pause und der kann jetzt sofort wieder einsteigen so wir machen jetzt wieder die Übung was wir gerade davor gemacht haben das heißt wir stehen wieder auf dass wir wieder unsere zehn Wiederholungen das heißt die gehe wieder vor mir zieht da irgendwer gerade nach oben ganz nach vorne und ich stehe auf und wieder retour natürlich umso weiter ich meine Füße weg bin umso schwieriger wird das Ganze natürlich das Ganze hier Das ist bei der Übung auch ganz wichtig. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Und der letzte. Sehen. Langsam, langsam nieder. Auslockern. Durchschnaufen. Dann könnt ihr euch wieder da halten. Beziehungsweise die Hände wieder freigeben. Deswegen beginne ich mit meinem anderen Bein. Strecken sie nach vorne aus. Und versucht sie ein bisschen höher zu kriegen. Wenn ihr es da seid, kein Problem. Aber es soll euer Maximum sein. Und drauf. Wir wippen noch ein bisschen. Gerade rücken. Noch fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und absetzen. Anderes Bein. Strecken. Und anfangen. Und noch fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und absetzen. Und jetzt machen wir nochmal unsere Arme. Übrigens. Diese Übung, was ihr jetzt kommt, das habe ich zuerst gar nicht gesagt. Das trainiert den sogenannten Winkelmuskel. Vor allem die Frauen möchten immer den Winkelmuskel weg haben. Also fleißig drüber machen. Und dann ist das bald Geschichte. Gehen wir wieder vorne hin. Heben jetzt ganz fest. Wie gesagt, bitte fühlt sich wirklich sicher, bevor es sich die Übung ausführt. Ganz wichtig. Und nach vorne gehen. Wieder runter. Jetzt machen wir sieben Wiederholungen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Und der letzte. Sieben. Und. Ausschnappen. Die Arme ausschütteln. So. Und jetzt als kleine Lockerungsübung schauen wir mal so weit über unsere rechte Schulter, wie es geht. Wir können uns auch hinten festhalten. Und wir ziehen uns ein bisschen nach hinten. Tief durchatmen. Und langsam lösen. Das gleiche auf der anderen Seite. Und auch links. Drehen wir nach hinten. Drehen wir so weit, wie es geht. Und durchatmen. Gleiche nochmal nach rechts. Durchatmen. Und gleiche nochmal nach links. Und durchatmen. So. Fangt schon die nächste Tiefung an. Und zwar strecke ich ein Bein jetzt gerade nach vorne. Andere auch. Aber das ist jetzt mein Aufwärtsbein. Ich kann mich da wieder festhalten. Beziehungsweise da ist es fast ein bisschen besser. Und ziehe das Bein nach oben. Und lege es wieder ab. Nach oben ziehen und ablegen. Oben ziehen und ablegen. Wie ihr seht, bleibt mein Rücken dabei ziemlich gerade. Und da kriegen wir noch acht hin. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Gleiche auf der anderen Seite. Kurz auslockern. Und kannst losgehen. Und auch da schaffen wir jetzt nur die acht. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Und acht. Kuss durchschnaufen. Machen wir wieder unsere Zwischenübung von davor. Das heißt, ich drehe mich wieder nach rechts auf. Schau nach hinten. Tief durchatmen. Und nach links. Tief durchatmen. Und jetzt machen wir nochmal unsere Übung. Start wieder mit dem rechten Bein. Insgesamt diesmal zwölf Wiederholungen. Und wir legen schon los. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Und der letzte. Zwölf. Und absetzen. Auslockern. Und die andere Seite. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Und da jetzt ganz fest auslockern. So. Jetzt machen wir mal ganz klein. Drei. Rollen wir nach vorne hin zusammen. Da haben wir da meine Zehen. Die machen wir ganz, 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 ganz groß. Und wieder nach unten. Und wieder nach unten. Klein machen. und wieder nach oben. Und wieder nach oben. Und wieder nach oben. kam mich schon zu einer von unseren letzten übungen und zwar sitzen wir ganz am rand gibt meine arme zu ziemlich so hin als sechs und bis sie besser die ungrad die meine arme weiter aus und sie sich so weit noch hinten bis geht meinen kopf nach hinten und nach vorne rolle mich zusammen gleich noch mal ganz weit auf öffnen mich und geht zusammen ganze noch einmal und zusammen jetzt machen wir noch eine letzte den übung und zwei stellen stuhl auf die seite ich kann mich befischt halten streich mein vorderes bein und versuch runter zu gehen und gehe wieder rauf und der land langsam durch eine streckung spüren und gehe wieder rauf das ganze noch zweimal hier runter und wieder rauf und wieder rauf und wieder rauf das ganze natürlich auch noch auf der anderen seite rei nach vor und da und rauf rauf noch zweimal rauf und der letzte das mal und runter Ich hoffe, ihr habt wieder ganz viel Spaß gehabt. Gebt Vollgas und wir sehen uns. Tschüss!